und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus heute habe ich mal wieder ein set von lego für euch mitgebracht und zwar den speed champions aston martin db5 und natürlich gibt es nur eine lizenz die man mit dem auto perfekt verbinden kann und das ist die 007 james bond lizenz dementsprechend habe ich heute für euch die lego 76911 mitgebracht und wenn wir uns die verpackung anschauen da haben die designer wirklich ganze arbeit auf dem bild vorn geleistet oben sehen wir wieder das fahrzeug und eine 1 zu 1 abbildung von den rädern mit den felgen die felgen sehen auf den ersten blick sehr sehr schön aus aber ob sich das bestätigt sehen wir wie immer während des baus und auf der rückseite nochmal den aston martin von hinten abgebildet das echte vorbild und eben nochmal die lizenz ich freue mich auf jeden fall sehr auf dieses set und deshalb würde ich sagen ich packe das ganze mal aus und wir schauen uns zusammen die teile und die anleitung an die packung war ungefähr zu 75 prozent mit steinen gefüllt dazu gehören zwei teile tüten wieder mit zwei bauabschnitten die basis die wir von den speed champions schon kennen und ich sehe hier schon ein paar silberne teile durchglitzern also auf die freue ich mich sehr über die steine qualität reden wir aber wie immer während des baus neben der anleitung findet sich da noch ein sticker bogen ihr erwartet jetzt wahrscheinlich von mir dass wieder ein langer monolog darüber kommt wie schlimm sticker sind aber bei diesem set muss ich mir die meinung erstmal noch bilden warum werdet ihr dann noch während des baus und mit dem fertigen set merken und die anleitung ist in dem design wie wir schon bei dem letzten neuen speed champion gesehen haben relativ schlicht gehalten sie ist wieder in so einer kleinen broschierenform wie immer wird nichts ausgegraut ihr kennt das ganze und insgesamt haben wir 84 bauschritte auf 79 seiten verteilt und hier habt ihr noch mal die teile liste wenn euch das ganze interessiert und hier seht ihr auch schon mal warum ich jetzt noch nicht so viel über die sticker sagen will weil wir sehen vor allem auf dieser seite doch das ein oder andere bedruckte teil und da möchte ich schon erst mal schauen wie es auf mich wirkt und um dieses bild zu machen fange ich jetzt auch an zu bauen ich gehe mal davon aus wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt und damit der ersten teile tüte wieder ich wünsche euch wie immer viel spaß bei dieser review und wir sehen uns das erste mal nach 44 bauschritten wieder und damit nach der ersten bauabschnittstüte bis hier hat der bau wirklich spaß gemacht von der konstruktion in den bautechniken ebenso es waren jetzt nicht die riesen kracher dabei aber das erwartet man ja bei einem speed champions set auch nicht die anleitung ist bisher natürlich wieder super einfach gewesen wir sind das ja von lego so gewöhnt aber nach dem ersten bauschnitt gibt es trotzdem ein paar coole sachen hervorzuheben einmal haben wir hier ein teil dabei was ich so wirklich sehr selten gesehen habe aber das teil hat eben in die konstruktion hier perfekt gepasst und wir haben auch sonst noch schöne teile sofort stechen natürlich diese zwei bedruckten teile hier hervor die rückleuchten wunderschön beprintet sehr hohe qualität vom print und die gefallen mir sehr sehr gut und ein bisschen unscheinbarer aber gerade wenn ich es drehe ist ein bisschen licht drauf kommt sind noch mal diese silberteile damit haben wir im wesentlichen einmal das kennzeichen und die heckstoßstangen gebaut und die sehen qualitativ wirklich hervorragend aus und passen perfekt zu dem heck auch am innenraum haben wir schon gewerkelt mit dem lenkrad dann dem schalthebel und den angedeuteten sitzen auch das gefällt mir bisher sehr sehr gut und gerade dort gibt es eine hervorragende steinequalität die fliesen haben so gut wie keine kratzer die angusspunkte sind besser geworden bei den fliesen und es sieht wieder richtig richtig gut aus das sind sehr qualitative lego steine vom baugefühl dasselbe sehr gutes baugefühl perfekte klemmkraft so sollte meines achtens lego sein aber so ist es ja heutzutage leider nicht immer und der letzte positive punkt nachdem über den königseck gesprochen haben es gibt hier überhaupt keine farbseuche ich baue auf jeden fall jetzt weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen aston martin db5 mit der 007 lizenz wieder und fertig ist der aston martin db5 und ich fange erst mal damit an was mir an dem set gefallen hat gefallen hat mir die anzahl der prints an dem set wir haben den kühlergrill geprintet die scheinwerfer geprintet und die rücklichter geprintet und das ist für lego verhältnisse super viel auch wenn es immer noch schade ist dass wir diese sticker haben wenn das noch geprintet wäre wäre das zumindest in der erwarte sehr sehr gut ebenfalls sehr gut getroffen finde ich die grundform des aston martin ich finde schön wie die motorhaube mit dem lufteinlass gebaut wurde da war auch eine coole bautechnik dabei da blende ich euch mal bilder dazu ein dieses teil wurde nur rein gesteckt und eben nicht wirklich befestigt und dann später erst durch den rahmen befestigt an dem auch der obere print ist und dadurch sieht die motorhaube und auch die übergänge wirklich wirklich gut aus auch die vielen silberteile gefallen mir sehr und die felgen sind richtig richtig cool also besser hätte man die film felgen nicht umsetzen können auch zu den positiven sachen gehört die figur ich finde das design sehr schön sie ist auf der brust bedruckt die beine sind leicht bedruckt der rücken ist auch leicht bedruckt und ich finde gerade vom gesicht und dem gesichtsausdruck passt perfekt zur damaligen james bond rolle der obligatorische speed champion schraubenschlüssel ist wieder dabei ich hätte ihn jetzt bei james bond nicht unbedingt gebraucht sondern vielleicht eher ein kleines spezial gadget aber naja man kann ja nicht alles verlangen obwohl man auch mal ein bisschen träumen darf als letzten positiven punkt zeige ich euch noch diese ersatzteile hier hier sind auch ein paar silberteile dabei es ist so dieses typische kleingraben gedöhnt was eben von lego dazu gelegt wird und dann haben wir aber noch die ganzen silberteile für die nummernschilder denn wir haben ja hier die verschiedenen serien nummernschilder die wir einzeln aufkleben können das alles als print wäre natürlich noch cooler gewesen aber so kann man hier auch die nummernschilder tauschen wie es das ja auch beim vorbilds db5 gab dass man eben die nummernschilder tauschen konnte und jetzt kommt aber meine meinung zu dem set die höchstwahrscheinlich die meisten nicht teilen würden denn ich finde dieses set trotzdem nicht gut das hat einiges richtig gemacht was ich euch gezeigt habe trotzdem haben wir immer an den einzelnen stellen noch ein bisschen was zu meckern denn wir haben viele prints aber nicht alle davon sind wirklich gelungen der kleinere punkt ist und das ist meckern auf hohem niveau diese zwei prints passen nicht so schön aufeinander wie es andere hersteller schaffen wir haben hier drin eben noch mal eine lücke und dies nur ein bisschen zu groß das wesentlich größere problem ist aber der print auf der heck scheibe der passt farblich mal wieder überhaupt nicht hier eine lücke die viel zu groß ist und nicht schön aussieht und auch diese lücke hier hinten finde ich nicht schön und gerade für so ein lizenzfahrzeug was man sich ins regal stellt damit es schön aussieht ist das meines erachtens in logo und diese große scheibe ist auch das einzige teil was wirklich ein paar kratzer hatte das ist auch nicht der punkt der mich am meisten gestört hat dann auch wieder meckern auf hohem niveau bekommt man aber in dem maßstab wahrscheinlich nicht besser hin dieser übergang hier hinten könnte auf jeden fall schöner sein aber vor allem ding der übergang von motorhaube zur frontscheibe sieht einfach nicht gut aus der nächste punkt wir haben auch sehr schöne prints dabei keine frage aber wir haben trotzdem auch den sticker bogen den halte ich jetzt das letzte mal ins bild cooler wäre es natürlich wenn auch diese sachen noch geprintet gewesen wären und das wäre sicherlich machbar und noch so ein punkt der mich stört und das ist bei speed champions meines erachtens besonders schlimm der rollt nicht so gut wie die anderen denn der reifen schleift wenn er wirklich auf dem boden steht und ein bisschen druck drauf ist im radkasten und das waren die punkte die mich an dem set gestört haben aber der punkt der mich am meisten gestört hat und auch der punkt weshalb ich sage ich kann es aus meiner warte nicht wirklich empfehlen ist die optik gerade eben durch dieses teil hier denn gerade so ein lizenz set kauft man sich ja damit es wie das original aussieht und dann hat man so eine wirklich wirklich hässliche stelle drin und ihr wisst dass ich sehr oft auch einige sachen durchgehen lassen aber das ist mir noch mit den anderen stellen die ebenfalls hässlich aussehen dann einfach nicht schön genug um es ins regal zu stellen und vor allem habe ich super coole mocks von dem fahrzeug hier gesehen voran werde ich wieder den ersten martin vom lieben envy car mocks erwähnen und die sind so so viel besser als dieses set und das ist natürlich sehr schade weil ich mich auf dieses james bond fahrzeug wirklich sehr gefreut habe und meine erwartungen wurden dadurch einfach sehr enttäuscht und umso trauriger ist es natürlich noch dass mir eigentlich bis zum zwischenbauschritt das set super viel spaß gemacht hat und dann hinten raus so eingebrochen ist und wenn ich dann an dem fahrzeug keine große freude habe reißt es leider auch nicht die schöne minifigur raus denn ich kaufe mir kein speed champion wegen der minifigur auch wenn das lego wahrscheinlich so ganz lieb wäre wenn ihr natürlich dieses set selber bis jetzt schreibt gerne eure meinung dazu in die kommentare das würde mich wie immer sehr interessieren gerade bei dem wo ich denke es gibt auch genug leute wo unsere meinung ein stückchen auseinander geht ich spreche da super gern mit euch in den kommentaren drüber und wenn euch das video gefallen hat dann lasst gerne einen daumen nach oben und ein abodaumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein ein euer valley prick